First of all, thank you very much. Zuerst danke vielmals. I have to say, as I said many times today, it's nice to be in a first world country. Ich habe es schon mehrmals gesagt. Heute ist es sehr schön in einem entwickelten Land zu sein. Because if anyone thought that Britain was a developed country of the West, they're completely wrong compared to Switzerland. The topic today that I was asked to speak about was Syria and Iran. Ich wurde heute angefragt, über Syrien und Iran zu sprechen. To be honest, any of these two questions are huge ones. Anyone could speak hours and hours about both these things. Um ehrlich zu sein, über jedes dieser Länder könnte man Stunden sprechen. But in order to really understand the situation also in both countries, we really should be looking at the Arab Revolution as a whole. If you look at the media today, what do you see about the... Maybe I should stand up again. I don't like standing up because it's so formal, but I'll do it anyway. If you look at the media today, the picture that is being painted about the Middle East... If you look at the media today, the picture that is being painted about the Middle East... A picture that to a certain extent is also true... A picture that to a certain extent is also true... A picture that is to a certain extent is also true... A picture of war and destruction and enormous instability... A picture of war and destruction and massive instability... Especially in Syria... And also you see that Israel has begun to attack Gaza... And also you see that Israel has begun to attack Gaza... And there's been spillovers of the Syrian civil war into Turkey... And the syrische Bürgerkrieg weitet sich aus auf die Türkei... And we could go on and on... And we could go on and on... And also there is this... Which is, in my opinion, a false image painted... About the enormous strength of Islamic fundamentalism in the Middle East... Nämlich das Bild der enormen Stärke des islamischen Fundamentalismus... If you remember, just a month, a month and a half ago... There was this anti-Islam movie... Wenn wir uns erinnern, vor eineinhalb Monaten gab es diesen Anti-Islam-Film... And every single news media in the world was showing this... And showing these fanatic Arabs... Protesting against the West and basically civilization... Or... Protesting against the attacks against Islam... Gleichzeitig gerade gegen den Westen, gegen die Kultur... Und gegen die Angriffe gegen den Islam protestieren... As if that's the most important thing in the lives of people in the Middle East... Also, ob das der wichtigste Gegenstand im Leben der Leute im Mittleren Osten wäre... Ähm... In reality... In Realität... If we look at the... A week after this... This movie surfaced... In Realität, eine Woche nachdem dieser Video das erste Mal aufgeschaltet wurde... And was hyped up by... Both... Right-wing media in the West and right-wing media in the Middle East... Und aufgebläht wurde von den rechten Medien im Westen und den Medien im Nahen Osten... And all kinds of reactionary clerics and populists trying to bank on it... Especially in the Middle East... Und den verschiedenen Klerikern, also Fanatikern, religiösen Führern... Die versuchen daraus Profit zu schlagen im Mittleren Osten... Am Freitag nachdem der Film veröffentlicht wurde... Which is like a traditional demonstration day... Der Freitag als traditioneller Demonstrationstag... Because you all go to the mosque for the Friday prayer... And you all go out together to the streets... Weil man gemeinsam in die Moschee zum Beten geht... Und nachher gemeinsam raus zum Demonstrieren geht... But on that day... All around the world... In 14 or 15 countries... Aber an diesem Tag über die ganze Welt... In 14 oder 15 Ländern... No more than 5000 people came out to the streets... Demonstrierten nicht mehr als 5000 Leute... Compare that to the millions and millions of people... Who took the streets during the Arab Revolution... Vergleich das mit den Millionen und Abermillionen Leuten... Die während der Arabischen Revolution demonstriert haben... Or the hundreds of thousands... Who are going on strikes and protesting... Every single day still in the Arab countries... And the hunderten von tausend Menschen... Die auch heute noch täglich streiken und demonstrieren in den Arabischen Ländern... Das zeigt euch das wahre Kräfteverhältnis zwischen Revolution und Konterrevolution... Das zeigt euch das wahre Kräfteverhältnis zwischen Revolution und Konterrevolution... Die Arabische Revolution war ein totaler Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit... And for the first time you had millions and millions of people in the Arab world... Zum ersten Mal hatten wir Millionen von Leuten in der Arabischen Welt... Taking the destinies in their own hands... Welches Schicksal in ihre eigenen Hände nahmen... Without organization... Ohne Organisation... Without any program... Ohne Program... Without any plan... Ohne Plan... Without any leaders... Ohne Führung... Or real leaders... Richtige Führungen... Only armed with a burning desire... To drag themselves out of the misery... That's been covering the Arab world for the last 50 years... Or maybe say 30 years... Bewaffnet nur mit dem brennenden Wunsch nach Befreiung... Aus der misslichen Lage der letzten 20 bis 30 Jahre... And what they did was to challenge... Some of the most powerful and enormous military police machinery in the world... Was sie taten... Sie forderten nichts anderes heraus... Als die mächtigsten und gefährlichsten Polizeiapparate der Welt... Egypt was the second ally... The second most important ally of the United States... Ägypten als der zweitwichtigste Verbündete Amerikas... From the sense that... It was the second largest receiver of American funds and arms... Im Sinn, dass es am zweitmeisten Geld von den Amerikanern erhielt... And it took the masses of Egypt 18 days to overthrow Mubarak... Die Massen von Ägypten brauchten nur 18 Tage um Mubarak zu putschen... Ben Ali in Tunisia is the same situation... Ben Ali in Tunesien das gleiche... The self-emulation of Mohamed Bouazizi... Die seltscher Brennung von Mohamed... Im Gemüseverkoil... Was a tragic accident... War ein tragischer Unfall... Or a tragic event, let's say... Ein tragisches Ereignis... Mohamed Bouazizi... Mohamed Bouazizi... No, let's say it like this... In a historical sense... Mohamed Bouazizi was an accident... In einem historischen Sinn war... Mohamed Bouazizi... Mohamed Bouazizi... That's his name... Mohamed Bouazizi... War historisch gesehen ein Unfall... Or no accident... He was an accident... He was an accident... Historically he was an accident... Because actually in Tunisia... In the years before... He burned himself... He set himself on fire... Weil die Jahre zuvor... Als er sich in Tunesien verbrannt hat... There was an epidemic... Of young people setting themselves on fire... Aber es ist eine ganze Welle von Leuten... Die sich verbrannt haben... But the point is... When Mohamed Bouazizi did this... Aber der Punkt ist... Als Mohamed das tat... The enough had become enough... War es genug... Years and years... Of oppression... Of poverty... Of misery... Unemployment... Jahre über Jahre... Der Unterdrückung... Der Arbeit... Der Arbeitslosigkeit... Let's say decades... Die Jahrzehnte... Of a suffocating... Undemocratic... Atmosphäre... Die Jahrzehnte des Leidens... Unter einer undemokratischen Atmosphäre... Enormous corruption... Enorme Korruption... Had gone... The Arab masses had... Up till here... Die arabischen Massen... Hat es schlicht bis hier oben... In one sense... Anything could have set that wave off... In diesem Sinn hätte irgendetwas... Diese Welle auslösen können... But... 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 Actually... In another sense... Mohamed Bouaziz's life... Is also reminiscent... Is also... Very much like... The lives that... Millions of Arabs... Live every single day... In einem anderen Sinn... Ist das Leben... Das Mohamed geführt hat... Genau das Leben... Das Millionen von Araber... Täglich geführt haben... Und führen... Er musste mit 10... Anfangen zu arbeiten... Mit 16 musste er aus der Schule... Um für seine Familie zu sorgen... Er arbeitete als... Er arbeitete als... Er... 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 Und dazu kam er, dass er täglich von der Polizei schikaniert werden würde. Er würde täglich Strafgebühren zahlen müssen, dafür, dass er keine Lizenz hat für seinen Stand. Obwohl man dort gar keine Lizenz braucht. Seine Bestände wurden öfters konfisziert, seine Waage. Der Monat bevor er sich selbst tötete, hatte er eine Schuld von 200 Dollar. Also ein Monat von Ernährung für seine ganze Familie. Und am Tag, als er sich selbst entzündete, wurde er wieder willkürlich von Polizisten belangt. Sie haben seine Waage wieder beschlagnahmt. Sie haben seine Früchte auf den Boden geworfen. Und sie haben ihn ins Gesicht gespuckt, in der Öffentlichkeit. Haben ihn gedemütigt. Stellt euch das täglich vor. Das ist das Leben, das die Araber täglich leben. Oder gelebt haben. Er ging in die Bürger-Stadthalle. Ja, danke. Aber all die Angestellten waren geschlossen für das Geschäft. Natürlich hatten all die Angestellten keine Zeit für ihn. Weil er natürlich kein Geld hatte, um sie zu bestechen. Und dass es keinen anderen Ausweg mehr gab. Aus schierer Verzweiflung. Er ging auf den Hauptplatz und verbrannte sich. Das ist zu sagen, Mohammed-Baziz' Leben war keine Ausnahme. Der Mittel-Osten, wenn irgendjemand in der Mittel-Osten gewesen wäre, würde man sehen, dass es dieses suffocatingen Umgebung gibt. Das Mittel-Osten, wenn irgendjemand dort war, hat gemerkt, dass es dort eine erdrückende Atmosphäre gab. Leute waren schlicht depressiv. Nicht so, dass sie nie Spaß hatten. Sie mussten ja irgendwie leben. Aber Leben war ein ständiger, harter Kampf. Und wahrscheinlich die hardestste Teil ist die konstante Humiliation. Und der wohl schwierigste Teil dieses Kampfes war diese konsequente Bemühtigung. Man wird nicht als Mensch gewürdig. Man hat keine Stimme. Und früher oder später hat man die Nase voll. Und das sind die wahren Gründe hinter der Arabischen Revolution. Weil all diese Bedingungen in all den arabischen Ländern herrschen. Youth unemployment is above 50%. Jugendarbeitslosigkeit über 50%. In manchen Orten 80%. Offizielle Arbeitslosigkeit 10%. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man sich die Statisten anschaut. 50% Jugend. Welche 70% der Bevölkerung ausmacht. Das ist bereits 35% Unemployment. Dann haben wir schon 35% Arbeitslosigkeit. Ich glaube, ich muss nicht noch mehr Details über die Situation aufzählen. Aber diese Revolution waren genuine Reaktionen auf die Bedingungen, die die kapitalistische Weltwirtschaft über diese Staaten etabliert haben. Aber persönlich für mich eine Revolution ist kein Hobby und ich stehe auch hier nicht aus einem Hobby. Es ist nicht eine interessante Sache, zu sagen, oh ja, wenn das passiert, dann haben wir es auch erwähnt. Aber ich mache es nicht, weil es einfach ein interessantes Ereignis war und wir haben es vorausgesagt. Wir müssen einen sehr, sehr seriösen Zugang zu diesen Revolutionen haben und auch verstehen, wo die Schwächen der Revolutionen liegen. Damit wir aus den Fehlern lernen können, damit wir sie nicht wiederholen müssen. Wenn wir uns den Mittleren Osten heute ansehen, fragt irgendjemanden im Mittleren Osten, es gibt einen Satz, den ihr hören werdet. Ich habe ihn nie gehört, aber ich weiß, dass ihr ihn hören werdet. Sie sagen, alles hat sich verändert, aber nichts hat sich verändert. Alles hat sich verändert, dass die Araber nie dieses Gefühl dieses Stolzes kannten. Für das erste Mal laufen sie mit gestreckter Brust. Sie wissen, dass sie den Staat niedergeschlagen haben. Sie haben Selbstvertrauen in ihre Kraft. Aber an der gleichen Zeit werden sie euch sagen, nichts hat sich verändert. Ihre Leben ist immer noch das Gleiche. Unemployment ist rising. Jugendarbeitslosigkeit nimmt zu. Inflation nimmt zu. State oppression ist still there. Die Repression ist immer noch da. Obwohl sie sie heute gegen sie kämpfen. Im Vergleich zu früher kämpfen sie heute da. Aber es ist immer noch da. Und wieso ist das passiert? Das Problem war, wenn wir zum Beispiel Ägypten anschauen, Die Arbeiterbewegung war sehr stark. Und hatte sehr viele Vorteile. Despite the fact that there was no one showing a way forward. No one was leaving it. Ja, also obwohl sie niemand angeführt hat. And actually, at a certain stage, the revolution was about to be defeated. Und in einer bestimmten Phase der Revolution bestand die Gefahr, dass die Revolution besiegt wird. Aber die revolutionären Massen, speziell die Mittelklasse, hat es geschafft, sich mit der Arbeiterklasse zu verbinden. Die Arbeiterklasse in den Kampf hineinzuziehen. Ihre Forderungen aufzunehmen. Und über die Entwicklung eigenständiger Streiks am Ende des Mubarak-Regimes schafften sie, das Mubarak-Regime zu stürzen. Aber Aber als Marxisten verstehen wir, dass der Staatsapparat keine neutrale Instanz ist, die über der Gesellschaft steht und sich versucht, für alle einzusetzen. Der Staatsapparat ist ein Organ der Unterdrückung, der Klassenunterdrückung. Wenn ihr den Kopf abschneidet, aber den Körper dort lasst, wird sich nichts fundamental ändern. Und die ägyptische Revolution und alle arabischen Revolutionen haben dieses Faktum nicht verstanden. Oder korrekter, die Führungen der Revolutionen haben diesen Faktum nicht verstanden. Sie ließen den Staatsapparat in den Händen des alten Regimes. Und was wir sehen, ist, dass sich der Staat heute noch massiver in einen reaktionären Block gegen die Revolution verwandelt. Der zweite Fehler, der gemacht wurde, war die Wirtschaft in den Händen der alten Elite zu lassen. In a sense, die ägyptischen Arbeiter hätten die Macht so nehmen können. Nichts hätte sie gestoppt. Aber die Führungen haben ihnen denn nicht den Weg gezeigt. Und offensichtlich nach der ersten Euphorie nach der Revolution haben sich die alten Kräfte der Reaktion begonnen zu regruppieren. Ich werde hier nicht in alle Details gehen, das werden wir in die Diskussion besprechen. Aber sie haben sich zusammengeschlossen gegen die Revolution. Es gab eine Reaktion der Massen daran. Wieder und wieder demonstrierten die Jugend, streikten die Arbeiter. Aber es gab keine Führung, die den Weg nach vorne gezeigt hätte, die die Bewegung unter sich zusammengeschlossen hätten gegen die reaktionäre Kraft des alten Regimes. Und imagine it yourselves. Stellt es euch selbst vor. You're on the street every single day. Demonstriert jeden Tag. Demonstriert, organisiert euch. Ich wette, ihr habt viel Energie in diese Versammlung hier investiert. Die von euch, die das organisiert haben. Imagine doing it every single day. Stellt euch vor, ihr müsstet das täglich machen. Obviamente, at some point, there's tiredness that's gonna set in. Offensichtlich werdet ihr an einem gewissen Punkt müde. Und wenn diese Müdigkeit einsetzt, werden die reaktionären Kräfte stärker und kommen wieder nach vorne. Und diese Entwicklung sehen wir im ganzen Nahen Osten. In Ägypten. Aber auch in Syrien, zwar in einer anderen Weise. Und in Iran. Und so weiter. Das ist eine Lektion, dass wenn man eine Revolution nicht zu ihrem Ende bringt, Das konsequente Ende ist, dass ein Lager gewinnt. Man kann nicht in der Hälfte des Kampfes anhalten, sich die Hände geben und wieder nach Hause gehen. Die Kontrarevolution wird sich nicht so verhalten. Sie werden kein Pardon geben. Sie werden jegliche Möglichkeit nehmen, zurückzuschlagen und die Revolution zu verhindern. Und sie würden das gerne in Ägypten tun. Und in Iran. In Tunisien. In alle Ländern. Aber an diesem Punkt haben wir einen Vorsprung. Der Vorteil, dass das kapitalistische System als Ganzes sich in einer historischen Krise befriedigt. Eine ungekannte Dimension in der menschlichen Geschichte. Das System kann nicht die grundlegendsten Bedürfnisse befriedigen. Nicht mal für seine eigenen Unterstützer. Und das ist weshalb, dass in der nächsten Periode, wo wir bereits gesehen, dass bürgerliche Regierungen in den ganzen Ländern, und zwar etabliert sind, aber extrem schwach sind. Und sie haben keine Basis in der Gesellschaft. Schaut euch die Muslimbrüder an. In all den industriellen Gebieten in Ägypten. Während der Präsidentschaftswahlen. Erhitten sie 50 bis 60 Prozent. Zusammen mit den Salafisten, also extremen Islamisten. Das war bei den Parlamentswahlen, aber während den Präsidentschaftswahlen. In diesen Bereichen sind ihre Stimmen zusammengebrochen. Ein Kandidat, Sahabi, welcher kein politisches Programm hatte. Ich versuchte es zu lesen, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber er nannte sich Sozialist. Und er nennt sich ein unkompromissloser Revolutionär. Und er erhält 60 Prozent dieser Stimmen in den Industriegebieten. Das zeigt uns das wahre Kräfteverhältnis. Wir haben eine Situation, wo die Kontrarevolution die Macht noch nicht erlangen konnte. Weil die Revolution die Macht noch nicht wirklich erobern konnte, weil fehlender revolutionärer Führung. Aber gleichzeitig sind die bourgeoisischen Regime, die kapitalistischen Regime, die liberalen Regime, die diese Länder regieren, wenn man so will, sind extrem schwach. Nichts hat sich verändert für die Massen. Sie haben immer noch den Glauben ihrer eigenen Kraft. Sie wissen immer noch, was sie erreicht hatten. Und sie suchen nach einer Lösung, diese Probleme zu beheben, ohne wieder an dieser gleichen Sackgasse anzukommen. Wenn man das so betrachtet, ist die Arabische Revolution erst durch ihre Anfangsphase gegangen. Ihre Einleitung. Die Stimmung dieser Euphorie, dieser Party-Stimmung nach dem Sturz ist verschwunden. Es ist eine sehr seriöse Attitude und ein sehr radikalisierter Mood unter der Übersetzung. Die Stimmung der Massen ist nun sehr ernst. Die Menschen beginnen zu verstehen, dass sich etwas mehr fundamental ändern muss. Nun, um über Syrien zu reden, weil das Thema des heutigen Abends Syrien ist. Die gleichen Lektionen können in Syrien gezogen werden. Wenn man sich die Syrische Revolution selbst überlassen hätte, hätte sie nicht begonnen an dieser Phase. Wegen der Geschichte Syriens, weil sie bis in die 90er Jahre eine geplante Wirtschaft hat. Obwohl sie eine Diktatur waren. Konnten sie die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad weiterentwickeln. Der Lebensstandard in Syrien war höher als in den restlichen arabischen Ländern. Das bedeutet, dass das Regime eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung genoss. Und auch große Teile, die nicht dagegen agierten, auch wenn sie es nicht mochten. In Ägypten hat die Revolution begonnen, als all die sozialen Basen der Unterstützung in Ägypten zerstört waren. In Syrien begann die Revolution aufgrund des Impulses der westlichen arabischen Welt. Es waren besonders die ländlichen Gegenden, die unterdrückten Sunniten. Es war ein revolutionärer Bewegung. Es war ein sehr starker Revolution. In jeder Nachbarschaft in den revolutionären Gebieten gab es Komitees, welche die Revolution täglich organisierten. Und in einer bestimmten Phase begann sich die Freie Syrische Armee zu entwickeln, welche nichts anderes war als eine Volksmiliz. Und sie arbeiteten zusammen. Aber das Problem war wieder, die Unerfahrenheit der Führung der Revolution Sie verstanden nicht, dass wenn sie Assad stürzen wollten, muss man seine Basis attackieren oder anzapfen. Man muss die Arbeiter auf seine Seite ziehen. Assad wusste das, er hat sich um die Arbeiter gekümmert. Aber die Revolution hat nie ein bedeutendes Programm entwickelt, welches über die Forderung nach Demokratie ging. Es hatte also kein Programm, mit dem sie die Arbeiter erreichen konnten. Stellt euch vor, ein Arbeiter in Syrien thinking, well, my life is more stable than all the other Arab working classes. Naja, mir geht's besser als den anderen arabischen Arbeitern in den anderen Ländern. I have a semi-decent living standard. Ich habe einen durchschnittlichen Lebensstandard. Security in my work. Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Was wird so eine Revolution für mich ändern? Die Demokratie. Was bringt mir diese Demokratie? Wie wird diese Demokratie aussehen? Die Demokratie der Muslimbrüder. Was wird das für mich verändern? Die Revolution beantwortete diese Fragen nicht. Die Revolution beantwortete diese Fragen nicht. Zumindest als positiv ausgedrückt gab sie keine Antwort darauf. Sogar in ihrem Beginn, weil die Mehrheit der Revolutionäre Sunniten waren. Es war sehr einfach... Es fiel in den Sunni-Islamismus. Sunni-Nationalismus. Es hat einen sectarian Charakter. Es hat sich das politische Programm der Revolution sehr früh in einen sunnitisch-islamischen Kontext umgeschlagen. And Syria is not only divided in classes. Syrien ist nicht nur geteilt anhand von Klassen. Which is the most important division. Natürlich die wichtigste Trennung. But also divided in a few national groups. Aber auch unterteilt in verschiedene nationale groups. The Alawites and the Christians. The Alawiten and the Christen. You can say it's religions. But actually it's more like different peoples. It's not really the religion that's important for people living in Syria. You can say it's religions. But it's actually different peoples. The religion is not so central. And Assad, the regime, had always prepared, has always played this card of of taking more care especially of his own Alawite sect. And try to sow these national divisions. Exactly for this situation. But instead of putting forward a class position. And putting forward social demands. The movement very quickly fell into a sectarian movement. Which meant that it had no chance of winning over this one third of the population. That means they had no chance of winning over this one third of the population. 20% or 20%. 20% of this population for themselves to win. And at the same time the imperialists intervened. Billions of dollars of worth of weapon and support came in. Milliarden von Dollar an militärische Unterstützung und Geld kamen das. From Saudi Arabia. Saudi Arabia. Turkey. The US. The French. Everybody sent in their own people. And the more the longer the movement lasted. The more of a technical military character it achieved. The more vulnerable it also got to become more sectarian. To become, how can you say, hijacked by these forces. Damit wurde sie gleichzeitiger, anfälliger für das Sektierertum. Also dass sie quasi entführt wurde oder übernommen wurden von diesen sectierischen Kräften. There is a wealth of details. But suffice it to say now that the movement developed from being a real revolutionary movement. Es gibt eine Menge Details. Aber es bleibt zu sagen, dass die Revolutionäre bewegen von einer wahren revolutionären Bewegung. Because of the lack of a program. Aufgrund des Fehlen eines Programms. That could unify the oppressed classes in society. Welches die unterdrückten Massen hätte vereinen können. It is now degenerating into a sectarian civil war. Degeneriert sich jetzt in einen sectierischen Bürgerkrieg. There are still thousands of honest revolutionaries in that civil war. Es gibt nach wie vor tausende ehrliche Revolutionäre in diesem Bürgerkrieg. We can't deny this. We can't deny this. But more and more of the movement is under the control of reactionary forces. We have no interest in raising the living standards of changing the lives of the syrian people. We have no interest in raising the living standards of changing the lives of the syrian people. And this really shows the hypocrisy of imperialism. They always talk about democracy here. They have no scruples in destroying a country. That yesterday was their enemy, you know. Welches gestern ihr Gegner war. To stop the forward march of the masses. Die Vorwärtsbewegung der Massen zu stoppen. And now they've created a mess. And now they've created a mess. They can't stop this, the civil war. They can't limit it. It's spilling over especially into Lebanon. It's spilling over especially into Lebanon. It's spilling over into Jordan and Turkey. The Israelis got involved a few days ago. They want to put pressure on Assad to leave. They want to put pressure on Assad to leave. Because they know that this could have disastrous consequences for the Middle East. Because they know that this could have disastrous consequences for the Middle East. You see, again, the reason why the movement ended where it did. You see, again, the reason why the movement ended where it did. Was because there was not a leadership for the revolution. Is, because there was not a leadership for the revolution. That had been prepared in the previous period. Who had studied the characteristics of every single country and the needs for the tasks of the other revolutionary movements in these countries. Who had studied the previous revolutions. And who could act decisively. The leadership was thrown up in the middle of the revolution. The leadership was thrown up in the middle of the revolution. You can say, in a sense, the Arab revolution started in Iran. In the summer of 2009. After the presidential elections. That I can assure you, no one had any illusions in Iran. What I can assure you, no one had any illusions in Iran. Millions of people used it as an excuse to come out on the streets. Millions of people used it as an excuse to come out on the streets. Five million people in the streets of Teheran. Anywhere in the world, that's a large number. And there was a heroic struggle for six months. And actually, what was really surprising for me was that it lasted so long. Because again, there was no plan. No program. No organization. Nothing. The leadership, the so-called leadership, which was the liberal politician Mousavi. called himself a reformist. Nobody knows what that really means in Iran. If you want to end corruption in Iran. You have to uproot the whole state. From the whole state. Even from a capitalist point, even from a liberal point of view. Even from a liberal point of view. So what he wanted to reform is not clear to me. What he wanted to reform is not clear to me. But the point was that he refused to call for the overthrow of the state. Although in those six months, there were several days where the state could do nothing against the mass movement. The masses were just looking for the cue for the word. The masses were just looking for the cue for the word. The masses were just looking for the cue for the word. In the last, actually, the biggest day of action, which is the day of Ashura which is in December 2009. In den letzten Tag der Aktionen, im Tag des Ashura 2009, waren verschiedene Teile der Stadt Teheran unter Kontrolle der Revolutionäre. Die Leute nahm Polizeioffiziere fest. Ein Flugzeug wurde bereit gemacht, um den Präsidenten aus dem Land zu fliegen. Neben den wichtigsten anderen Führungen der Bourgeoisie. Aber sie wollten nie den Befehl. Im Gegenteil, die Führung kritisierte die Bewegung. Sie kritisierten die militantesten Teile dafür, dass sie Gewalt anwendeten. Und wenn ihr jemals im Iran wart, dann wisst ihr, dass die Gewalt nicht vom Volk ausgeht. Den Revolutionären Gewalt vorzuwerfen ist schlicht ein Witz. Und in fact, throughout those six months, at every single day of struggle, in diesen sechs Monaten des täglichen Kampfes, every time there was a, there was a, the mood was rising for a big demonstration, nahm jeden Tag die Stimmung nach einer großen Demonstration zu. He called for people to stay home. Die Führung rief die Leute dazu auf, zu Hause zu bleiben. And every time the mood was ebbing for a demonstration, die Stimmung nahm wieder ab. He called for people to come out. Also wenn die Stimmung wieder abnahm, rief er die Leute zu Hause zu demonstrieren. To leave them isolated. To leave the vanguard isolated. Hauptsache, sie waren isoliert. But, so in the end, after the day of Ashura, again millions were out, a lot of people, especially the middle layers of this movement, nach dem Ashura-Tag als Millionen demonstriert hatten, speziell die Mittelklasse, fragte sich, wieso tun wir das? Was ist der Plan? Was ist der Plan? I was actually in Iran accidentally on that day. Zufälligerweise war ich im Iran an diesem Tag. And this was exactly what people were saying. Six months before, they were cheering for the movement, or a couple months before they were cheering for the movement. Das war genau das, was die Leute sagten. Als sechs Monate zuvor haben sie für die Revolution gejubelt. And now this, they were saying, why are people out fighting, burning things, when they don't want to change anything? Und jetzt sagten sie, worin besteht der Sinn, wenn die Leute draußen sind am demonstrieren, am randalieren, wenn sie nichts verändern wollen? And this is exactly something that you see in every single revolution, that the middle layers, that the middle classes, that is exactly what we see, when that Kleinbürgertum in all revolutionen, if you don't give a decisive lead, when man ihnen keine entscheidende Führung vorgibt, will vacillate between revolution and counter-revolution, will it be between revolution and counter-revolution, and they can't make up their mind. Sie können sich nicht entscheiden. You need to be decisive. Man muss ihnen die Entscheidungen machen. So that was one of the mistakes that they made. But maybe the main mistake that they made, that they refused to take up the social demands that the working class was burning for. is that they were forced to take up the social demands of the working class which meant that the working class as a whole never really joined the movement. What meant that the working class as a whole never really joined the movement? It was limited to a large extent to youth and middle class people. Die Bewegung beschränkte sich zu einem grossen Teil auf Mittelklasse und Jugend. Imagine you're a worker. Stellt euch vor, ihr seid ein Arbeiter. There's someone saying we should go on strike. Jemand sagt, komm, wir streiken. And so, okay, so what are we striking for? Für was streiken wir? Nothing. Nichts. We don't want to change anything. Wir wollen nichts verändern. Now imagine a worker working in a military dictatorship. Stellt euch einen Arbeiter vor, der unter einer Militärdiktatur arbeitet. And someone tells you, come and fight the regime. And jemand sagt, komm, wir kämpfen gegen das Regime. But we don't want to overthrow it. Aber wir wollen das Regime nicht überbord werfen. It's very simple. It's very simple. Because they refused to take up the question of overthrowing the regime. Sie weigerten sich, die Forderung nach dem Sturz des Regimes zu nehmen. Which was a conscious decision. Welches eine bewusste Entscheidung war als nicht zuvor? They undercut it, basically. They isolated the vanguard, the youth, and the most revolutionary elements. Damit isolierten sie die Jugend und die revolutionärsten Elemente der Bewegung. And in effect stopped them from reaching out and touching the broad layers of the masses who were all ready to join in action. und schafften es, dass die Jugend und der Mittelstand die restlichen Teil der Bevölkerung nicht erreichen konnten. For many poor people it was just, Moussabi was just another part of the regime. He's been a part of the regime for 20 years. Für Armen und für die armen Leute war Moussabi schlicht einfach ein Teil des alten Regimes. Some people even didn't like him because in the 80s he was a prime minister while tens of thousands of communists were being killed. Die meisten mochten ihn nicht sonderlich weil in den 80ern waren er noch Premierminister und damals schlachtete er tausende von Kommunisten. And he represented the rich, the people who could eat meat more than once a month. Er repräsentierte die Reichen in Iran, sind das die, welche mehr als einmal im Monat Fleisch essen. So they didn't join the movement and subsequently it was defeated. Also unterstützen sie die Bewegung nicht und die Bewegung wurde in der Konsequenz besiegt. So if you look at the tasks, if you look at the whole Arab Revolution and the whole of the Middle East in the last two or three years, Also wenn ihr euch die Aufgaben anseht, den ganzen revolutionären und die Bewegungen im arabischen Raum, die gleichen Lektionen können gezogen werden. In order to win, to be victorious in the revolution, wenn man eine Revolution gewinnen will, you need to prepare a leadership beforehand. Muss man eine Führung im Vorfeld der Revolution aufbauen. You need to develop a program that can reach the broader layers of the masses. Man muss ein Programm erarbeiten, das die breiten Massen erreichen kann. Muss have social and democratic demands. Welche soziale und demokratische Forderungen beinhaltet. You must build a base within the working class and draw them in as a key force of the movement. Man muss eine Basis aufbauen in der Arbeiterklasse als Schlüsselfaktor in der Bewegung. And you must be decisive to strike against the state machinery when the very, very narrow window is open. Und ihr müsst entschieden genug sein, um gegen die Staatsmaschinerie zu kämpfen, wenn sich die Möglichkeit bietet. You cannot go halfway and stop there. It's impossible. Ihr könnt keine halbe Revolution machen und stoppen. Eine Revolution hat ihre eigene Logik. One camp wins or the other. Ein Teil gewinnt oder der andere. Wir müssen aber auch verstehen, dass die Revolution kein Ein-Akt-Drama ist. The Middle East had for 30 or 40 years had been more or less in equilibrium. The Middle East had been in the last 30-40 years in a state of passivity. It might not have seemed that way. It might not have seemed that way. But in real sense, there wasn't any big convulsions. In einem Gleichgewicht. Aber in diesem Sinn, es gab keine wirklichen Verwerfungen in diesem Raum. But with the dawn of the world capitalist crisis, every single regime is being undermined by the day. Jedes Regime wurde Tag für Tag untergraben. Und es konnte keine Stabilität geben. Und das gilt für den Klassenkampf. Aber auch für die Beziehungen zwischen den Nationen. Wenn wir die Frage betrachten, die Situation eines Krieges im Mittleren Osten. Die Situation ist sehr zerbrechlich. Nachdem die Amerikaner im Irak die Irakische Armee zusammengebrochen ist, gab es nichts mehr, was der iranischen Armee hätte entgegenstellen können. Die USA versucht natürlich hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen. So they could dominate through their main allies, Saudi Arabia and Israel. Damit sie über ihre Hauptverbündeten Saudi-Arabien und Israel die Region dominieren konnten. Aber mit dem Verschwinden des Iraks war dieses Gleichgewicht zwischen den Staaten auch zerstört. Und Iran musste zwangsläufig dieses Vakuum-Film, das sich mit Irak eröffnete. Und nur zu dieser nuklearen Frage. Ein kleiner Kommentar, wer soll darüber entscheiden, ob der Iran nuklearwaffen haben soll oder nicht? Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich nicht ein Verteidiger des iranischen Regimes. Aber die Leute, die über diese Frage entscheiden, sind Israel, die einzige Nation im Mittelost, die über nuklearwaffen hat. Und die USA, die einzige Nation, welche je Atomwaffen gebraucht hat. Naja, dass man zur Seite geschoben, wenn wir die Spannungen betrachten zwischen Israel und Iran und der USA, sehen wir, dass eigentlich niemand diesen Krieg will. Niemand will Krieg. Weil ein Krieg oder irgendein Angriff nichts lösen könnte. Die iranischen Nuklearanlagen sind unter dem Boden vergraben. Und verteilen sich über die ganze Nation. Es ist unmöglich, dieses Programm zu stoppen. Aber wieso drohen die Israelis so konsequent mit einem Angriff? Noch viel wichtiger, wieso provozieren die Iraner die ganze Zeit? Nach der Niederlage der grünen Bewegung im Iran 2009, ist der Preis, den das Regime zahlen musste, ist, dass es extrem schwach ist. Extrem gespalten ist. Es gibt dauernd interne Kämpfe, um ihre eigene Legitimität aufrechtzuerhalten. Der Präsident greift den Religionsführer an. Alle greifen den Präsidenten an. Alles, damit jeder noch irgendwie sein eigenes Führer durch den Weg treffen kann. Weil die soziale Basis des Regimes zerstört. Das verstärkt sich heute, wegen der enormen, tiefen Krise, die das Land getroffen hat, wirtschaftlichen Krise. Die Inflation letztes Jahr war wahrscheinlich bei rund 30-40%. Nach dem Einsetzen der Sanktionen des Auslandes ist diese Inflation explodiert im Sommer. Keine Ahnung mehr, wie hoch die Inflation ist. Manche sagen, es ist 70% im Monat. Hühnchen in Iran ist 4 Pfund pro Kilo. Hühnchen kostet 4 Pfund pro Kilo. Wahrscheinlich etwas mehr. Es ist teurer als in Europa. Es ist ein Witz auf einer iranischen Website. Heroin 2 Dollar, Fleisch 30. Es entsteht eine massive Wut oder Enttäuschung. Wir haben bereits an verschiedenen Orten Ausbrüche dieser Enttäuschung gesehen. Es sind sehr kleine, aber sehr militante Ausbrüche. In diesem Dorf sind spontan tausende Leute im Sommer auf die Straße gegangen, um gegen den Hühnchenpreis zu demonstrieren. Der Polizistiker in Teheran war auf TV und sagte, man sollte keine Hühnchenwerbung mehr aufschalten. Es macht nämlich die Leute wild, die keine Hühnchen haben. Und sie gehen nach denjenigen, die sie haben. Wahrscheinlich die, die nicht abgehen, welche Hühnchen haben. In dieser Situation Konnte das iranische Regime nur über diesen einen Weg die Macht erhalten. Dass sie einen äußeren Feind schaffen. Israel, Amerika, der Imperialismus. Und sie müssen provozieren. Sie wollen eigentlich Freunde sein. Aber sie können nicht. Ich hatte einem Professor, einem Experten über Iran zugehört. In SOAS, einem der berühmtesten Universitäten in Mittlerostenstudien. Und seine Idee war, dass die Iraner einen Schritt zurück machen sollten. Und so sollten die Israelis. Das würden sie nicht beide machen, wenn sie können. Aber das ist genau das Problem. Die Krise im System hält die Führungen als Geisel. Niemand gibt irgendwie eine Bewegung vor. Aber alles ist eigentlich nur ein Ausdruck der Krise des wirtschaftlichen Systems. Ich sage nicht, dass das Iran schuld ist, dieser Konflikt. Wenn es zu imperialistischen Interventionen kommt, sind wir immer gegen diese Interventionen. Das ist das, was die Israelis immer sagen. Oh nein, die Iraner sind provochen. Wir sind nur gegen uns. Also Bullshit, was die Israelis sagen. Ja, die Iraner provozieren einfach. Wir verteidigen uns. Die Israelis sind die Rauschbälder des Mittlersten. Die Israelis sind die Rauschbälder des Mittlersten. Sie greifen sowieso jeden auf. Sie starten einen Krieg nach dem anderen. Einige Kriegen. Aber sie verlieren keinen. Und die ganze Grundfest der Israelischen Gesellschaft baut auf diese Idee, dass wir alle Jews und wir alle im gleichen Boot. Wir sind alle Juden und wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Der zionistische Staat wird uns gegen diese arabischen Hunden, die uns fressen wollen, verteidigen. Es ist keine Übertreibung. Aber die arabische Revolution hat diesen Zustand komplett geändert. Die Araber demonstrierten nicht für islamischen Fundamentalismus. Aber für Demokratie und Einheit über die Nationen hinweg. Das war eine riesige Offenlegung dieses Mythos, die die israelische Regime aufgebaut hat. Und auch Israel ist nicht immun von dieser kapitalistischen Weltwirtschaftskrise. Leider gibt es einige Marxisten, die sagen, wir leben überall in einer Klassengesellschaft, nur nicht in Israel. 20% der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Arbeitslosigkeit nimmt zu. Inflation nimmt zu. Für junge israelische Paare mit Arbeit ist es unmöglich, irgendeine Wohnung zu kriegen in den israelischen Städten. Das ist in einer Situation, in der Israel sich sehr schnell von der ökonomischen Krise erholt hat. Und das in einer Situation, in der Israel sich oberflächlich erholt hat von der Krise. Sie haben eine BIP-Wächst zwischen 3 und 4%. Aber all das ist nun an die Oberfläche. Zwei, drei Jahre vorher hat die Times eine Umfrage in Israel. Sie fragten, was das wichtigste Thema für Israelis ist. Die Frage Israel-Palästina kam an fünfter Stelle. Nach den Fragen wie billigen Wohnraum, Bildung, Arbeit. Das ist ziemlich besorgniserregend für das israelische Regime. Im Sommer nach dieser Umfrage Gingen hunderttausende Israelis auf die Strasse und machten die größten Demonstrationen der Geschichte des Landes. Und sie riefen nicht, tötet die Araber. Sondern sie forderten Arbeit und Staatsinterventionen. Und sie hielten Schilder in die Höhe. Ägypten ist hier. Tahrir ist hier. Walk like an Egyptian. Constantly associating themselves with the movement of the Arab world. Und hielten Schilder in die Höhe. Ägypten ist hier. Tahrir ist hier. Demonstriert wie ein Ägypter. Also konsequent diese Verbindung mit der arabischen Welt. So, the Israeli regime is in a tight spot. Also, dieser israelische Regime ist an einem ziemlich brenzligen Punkt. It's being challenged on the military front by Iran. Es wird herausgefordert an der militärischen Front vom Iran. Politically it's being humiliated daily, basically. Politisch werden sie eigentlich jeden Tag gedemütigt. Without, you know, and it needs to react to this. Sie müssen irgendwie darauf reagieren. It needs to show that it's a strong state that can defend the Jews. Sie müssen zeigen, dass sie ein starker Staat sind, welcher die Juden verteidigen kann. And also, it needs to even more than before whip up this israeli nationalism, if you can say this. This sense that we are different and everybody is out to get us. Und noch mehr als zuvor müssen sie dieses Bild des Zionismus betonen, dass sie die einzigartigen sind in dieser Region und alles entgegen sie. It's also one of the reasons that they're raising this violent campaign against Gaza right now, as we speak. Now, there's the last part, the Americans. Then, the last part, the Americans. They don't want any war, anything. They've tried everything they can to stop it. But the Arab Revolution destroyed all their bases of support within the region. And only Israel remains. And only Israel remains. And what Israel says, that happens now. And Israel, sooner or later, will probably have to react to the provocations that they're seeing from Iran somehow. And Israel will have to react to the provocations that they're seeing from Iran somehow. And I should say, the main reason that the Americans don't want a war, or anything, is that if you saw the Iraq war, when it was started, millions of people came to the streets in New York. When you look at what happened, the Iraq war began. A war against Iran today, after the experience of Iraq and Afghanistan, is going to be ten times as much as that. A war against Iran today, after the experience of Iraq and Afghanistan, will be ten times as much as that. Opposition and dissatisfaction is growing in the United States itself. Die Unzufriedenheit nimmt zu in den amerikanischen Staaten selber. Class struggle is on the rise in the United States. Der Klassenkampf ist am aufkommen. Und das schränkt ihre Manövrierfähigkeit massiv ein. Aber wenn Israel Iran angreifen wird, was sie klargemacht haben, was sie wahrscheinlich tun. Although there can be no talk of a ground attack, obviously. Wir sprechen hier nicht von einer Landinvasion. You have to go through two countries to get to Iran. Wir müssen durch zwei Länder marschieren, um in Iran zu kommen. Es ist sehr praktisch, dass sie das nicht können. Besides the fact that no country in the world can invade Iran as it is now. Also ganz neben dem Faktum, dass kein Land der Welt irgendwie die Kapazitäten hätte, in Iran einzumarschieren. It's not because I'm an iranian nationalist. It's not because I'm an iranian nationalist. It's just that the greatest power on earth was defeated in Afghanistan and Iraq. And the iranian army is a lot more developed than that. So this only leaves open the question of an aerial attack. Also es bleibt nur die Frage eines Luftangriffes. And in such a case the Americans will have to intervene. In such a case the Americans will have to intervene. So make sure that the Hormuz Strait, which is the passage where 20% of the world's oil passes through. Is kept open. Because if that's closed completely. Because if that's closed completely. What will happen to the oil prices? They go through the roof. Although they will still go through the roof. Even if they manage to keep it open, the oil prices will rise. And the world is going to enter a new economic slump. And what is going to be solved? Is Iran's nuclear program going to be stopped? Is the tensions in the Middle East going to be less? Not at all. Not at all. But the point is. The point I'm trying to make. Is that the situation today is not decided by any single individual. What is deciding the course of events is the crisis of capitalism. And the logic of class struggle. The leaders, the regimes in Iran and Israel are far from being as secure in their position as they were the last 20 years. In Egypt and Tunisia, anywhere else is not different. In Egypt and Tunisia and everywhere else is not different. And a new wave of the Arab revolution will come back. And a new wave of the Arab revolution will come. And we'll cut through all of these things. And all of these things. Why? Why? Because while the regimes are weak. Because the regimes are weak. The masses are confident. They remember what they did. And no country is safe from this. Not Israel. Not Israel. Or Kuwait. Not Kuwait. Which is like the Sweden of the Middle East. Or the Switzerland of the Middle East. The Schweiz of the Middle East. It's got less than 1% unemployment. I think everyone gets a grant every year of a couple thousand dollars. Just like every single citizen. But despite that in the past few weeks hundreds of thousands of people have taken the streets. I'm in contact with some of the activists. And many of the leaders are actually communists. Or call themselves communists. I mean in Kuwait. Think about it. This should give us confidence in the future. That the masses will rise again. The masses will rise again. But they have to learn through these painful experiences. And they have to learn through these painful experiences. You know 50 years ago. When the modern history of the Arab world started. The real traditions of the Arab masses were laid. And what were they? What were those for traditions? In Egypt there was Jamal Abdel Nasser who was a left nationalist socialist in a sense. Who opposed imperialism and offered Stalin to nationalize all of the economy. But the Soviet Union back then had a policy of peaceful coexistence with capitalism. So they told them not to do that. 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 And that opened the door for a counter-revolution against the gains that Nasser made. Similar situations are seen all over the Arab world. The Baatists in Syria were socialist. The Baatists in Syria were socialist. The Baatists in Syria were socialist. At least in words. In Sudan there was a million strong communist party. The same was in Iraq and Iran. In Turkey. In Lebanon. Every single country. The main traditions of the masses were communist, socialist and left-wing in general. In every single country the masses were socialist, communist or left-wing. But because of the mistakes of the leaders back then. But because of the mistakes of the leaders back then. Because they were under pressure from the Stalinist bureaucracy of the Soviet Union. When they were under pressure from the Stalinist bureaucracy of the Soviet Union. And they didn't manage to finish the revolutionary movements that started in that period. They were destroyed and the counter-revolutionary scenery that we know was established on the bones basically. The revolutionary mass movement was destroyed and the reactionary systems that we see today. They were built on their bones. In their bones. So what remains for the masses of the Middle East. What remains for the masses of the Middle East. Is to revive those traditions. The best parts. The best parts. Of course. And finish what they didn't, you know. Finish what they started basically. The best parts. Sie müssen die Führung während des Kampfes aufbauen. Aber der Punkt ist, sie können nichts anderes tun als das. Der Kapitalismus ist eine totale Subgasse für den Mittleren Osten. Der Einzige Grund, wieso alle Staaten mit den Osten Diktaturen sind, ist, dass der Kapitalismus die grundlegenden Bedürfnisse dort nicht befriedigen kann. Der Schwachsinn, den uns die Bürgerlichen verzapfen, dass die Araber gerne einen starken Führer vor sich haben. Es ist nicht so, dass die Bürgerlichen auch dort nicht auferstanden sind, machen wir heute mal Diktatur. Sondern die Diktatur ist eine Notwendigkeit, wenn sie an der Nacht sein wollen. Weil sie die Bedürfnisse der Massen nicht befriedigen können. Sie können ihnen nicht mal essen, keine Arbeit, kein Hühnchen. Häuser. Ich habe das. Es ist egal, was für eine Demokratie sie dort irgendwie aufbauen. Der Kampf endet nicht mit der langen Demokratie. Das ist was wir in Ägypten sehen. Wenn sie die grundlegendsten Forderungen der Revolution irgendwie erfüllen wollen, müssen sie mit dem System als Ganzes brechen. Dem System des Privatbesitzes, der Produktionsmittel. Sie müssen die Wirtschaft in Besitz nehmen. Demokratisch planen. Es gibt genug Leute, die arbeiten wollen. Sie haben die Ausbildung dafür. Es gibt auch genug Ressourcen oder Fabriken, die leer stehen. Und es gibt genug Arbeit. Der einzige Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil einige Leute, die meisten davon sitzen in den westlichen Nationen, nicht davon profitieren könnten. Also die Aufgabe, die vor den Massen des Mittleren Ostens stehen, ist eine sozialistische Revolution zu machen. Vielleicht wissen sie das heute noch nicht. Offensichtlich wissen sie es nicht. Aber der Punkt ist, während jeder einzelnen Phase der Revolution wird ihnen diese Notwendigkeit erscheinen. Auf eine gewalttätige Art und Weise. Wenn sie nicht komplett mit dem alten Regime brechen, die ökonomische Macht nicht brechen, die Staatsmacht nicht brechen, wird sich die reale Situation nie ändern. Das bleibt nur eine Lösung für sie, schlussendlich. Ich habe alles Vertrauen, dass es so weit kommen wird, weil es keinen anderen Weg gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.